Ah ne, wir kommen sogar noch mal in die Schwarzfelsföhlen rein. Auch mit viel Kuppel, mit viel Steinen und so, ne? Das eine sind Felsen, das andere sind Steine, da gibt es noch einen Unterschied. Da hatte gleich mal jemand ein Level-Up, das war der Gnum-Todesritter hier aus der Gruppe. Ein kleines Helles-Leuch. Wie süß! Der stand nur gerade direkt neben mir und ich habe es dann noch gehört. Bei, äh... Chris, du müsstest ein, nämlich auch gleich wieder am nächsten, oder? 8 Prozent. Ach, doch nicht mehr. 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 Das war einfach. Der war auch noch nie besonders schwer. Ja, damals zu Kata war es immer lustig, wenn die Leute mit Kraft haben, was man machen muss und keine Etiketten mit Darmwanger sind. Ja, das war ein Gruppenvibe. Raps, da war alles tot. Es ist ja lustig, wenn Leute sterben, selbst wenn unsere Gruppe Leute sind. Warte mal, was hab ich... Oh Gott. Ich hab irgendeinen Zweifel meiner Lüste entfernt. Du hast jetzt ein bisschen Zeit, den wieder reinzupacken, solange Raps noch quetscht. Raps quetscht! Ach, wie heißt doch mal der Zauber, wo ich Sachen mit... Ach, Heilung der Natur, genau. Ach, nein. Ach, nein. Ach, nein. Ach, nein. Wir haben heute keine Pet-Klassen dabei, das heißt wir können auch wieder runterspringen. Äh, er hat die jetzt gepullt. Wo ist es denn? Was ist denn da? Und ich weiß nicht. Was ist denn da? Weh... Was? Oh, nein. Ja. Ah, nein. Oh oh, das könnte böse werden. Okay, dann ist es ein Dispawn, dann passt es wieder. Oh, das ist ein Dispawn. Ich habe dich für eine kurze Zeit lang nicht gesehen. Oh Gott, wo ist der Tank? Oh Gott, wo ist der Tank? Warum ist der Priester? Who him? Warum? Because! Oh, er ist unser Paladin! Das quatscht schon wieder. Fassbier und Paar mit Rosen. Gold, ne Rüstung, ne Rosa Rosen. Gold, ne Rüstung, ne Rüstung, ne Rüstung. Frizz meine Schattenberatung. Und die haben ein Crit mehr als meine, ansonsten dieselben Stats, die nehme ich. Wenn sie der Todesritter mir nicht wegwürfelt. Ups. Was er gemacht hat. Naja gut, war nur ein Crit. Oh. Oh. Oh Tod und Zerstörung. Das Bonus-Ziel nehme auf jeden Fall mit. Ich mag ja den Namen von dem Spell von den Kleinen hier. Ja, wie heißt der? Kleiner großer Flammenatem. So, 2 Level brauchen wir jetzt alle noch und dann... Wären wir schon bei Pandaria, im nächsten Addon. Deswegen mag ich Kata so, das geht zu schnell. Und wir haben noch ein Level und wir kriegen die letzten 3 Inis noch. Oh, wir können wieder in Grim Bartol rein, yay! Ich krieg allmählich den Chaos-Hexe raus. Hm, was war das? Wieso sind die Karol gekippt? Das war Fegefeuer. Ich bin der Todes-Ritter. Ich mache alles tot und tot. Nein! Gib mir Viscas! Was? Schon wieder 2 Euro? Ja! 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 Du bist ein Noi! Hey, das ist mein Spruch im Classic. Die sind aber nicht im Classic. Hunter Item, Hunter Item, Hunter Item. Das Item war für ein Hunter. Boah, Feierabend, wir haben schon wieder zwei Stunden fast. Haben wir schon wieder, Moment. Fuck, ich hab viel zu viele Sachen offen. Eine Stunde neununddreißig hab ich gerade auf der Aufnahme. Also eine Inni geht noch. Alter wurde von einem Bär zerfetzt? Oder war es nur Lukas, der geschnarcht hat? Was noch mehr erfahrt ihr in der nächsten Folge von World of Warcraft? Machen wir jetzt noch eine? Da ist der in den Pinis. Ja, von mir aus. Auf dass wir nochmal in den steinernen Kern reinkommen und dort noch unsere Quests abgeben können. Und das Alter sie vielleicht auch machen kann. Und abgeben kann dann? Ja. War's gleich so viel? Oh, ich werd' aus dem Satz rausgeschmissen. Ich hab' doch die Satzgruppe verlassen. Warum soll der Scheiß? Ja. Wieso müssen wir jetzt auf zwei DDs warten? Kann mir das mal einer sagen? Tja. Also wenn wir bis um 18 Uhr keine DDs gefunden haben, dann hab' ich keine Lust mehr. Uh, mein Handy zoomt. Wieso zoomt mein Handy? Zoom, Zoom! Bis dahin sollte das erledigt sein. Wann haben wir wieder Dunkelmondjahr am Markt? Okay. Morgen Dunkelmondjahr. Ich hab' schon wieder drei DDs auf dem Winter. Nein. 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 Nein.